Hallo liebe Monster Hunter da draußen, ich bin Dennis und ich werde mich heute in die Welt von Monster Hunter wagen. Allerdings noch nicht jetzt, sondern erst in wenigen Stunden. Ab ca. 15.30 Uhr wird hier im YouTube-Kanal nichts stattfinden, sondern drüben bei Twitch. Der Link zu unserem Twitch-Kanal, den findet ihr in der Videobeschreibung. Das wird unser erster Livestream überhaupt im Leben. Ich habe noch nie live gestreamt, das wird total crazy alles. Ich hoffe, dass ihr einschaltet und wir werden Monster Hunter spielen und mit wir meine ich mich und Basti. Und wenn ihr Monster Hunter World zufällig auch habt, dann könnt ihr euch ja dazu irgendwie schalten und im Chat schreiben, dass ihr mitspielen wollt. Dann versuchen wir irgendwie uns im Spiel da mal zusammen zu schließen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Monster Hunter gespielt und auch noch nie Monster Hunter World. Es wird also das totale Noob-Let's Play. Erwartet keine mega geilen Tipps und Tricks, wie man die krassesten Supermonster irgendwie legt. Das weiß ich selber nicht. Wir werden einfach mal reinschauen und wir werden mal ein paar Stündchen zusammen durch diese Welt streifen und versuchen zu lernen, was es bedeutet, ein Monsterjäger zu sein. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, ob euch das gefällt. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Denn ich lerne gerade Twitch und vielleicht streame ich ja dann demnächst auch oder relativ sicher weitere Spiele. Warum eigentlich auch nicht? Und Monster Hunter ist quasi so unser Test jetzt, den wir dafür machen. Danach gibt es dann vielleicht irgendwelche Retro-Spiele oder EVE Online oder andere Sachen. Gut, Leute. Bis 15.30 Uhr. Wir sehen uns im Twitch-Livestream. Der Link zu unserem Twitch-Kanal hier unten in der Videobeschreibung bei YouTube. Ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheint. Wenn nicht, dann werden wir trotzdem Spaß haben. Denn die Videos werden natürlich trotzdem auch auf YouTube hochgeladen. Bis dahin. Ciao.